Wir hatten, glaube ich, jeweils das beste Auto. Ich habe volle Unterstützung damals damals noch von AMG und Answerner Aufreicht. Die ganze Mannschaft stand wirklich total dahinter. Wir wollten die Meisterschaft gewinnen. Das muss ich mir vorstellen. 1992, legendär. Ich war für die Champions League. Mein Ziel war immer, die Räser zu gewinnen und da vorne zu sein. Ich wusste, auf der Nordschleife habe ich so ein paar Ecken, die kennen die anderen noch nicht. Aber die haben so schnell gelernt. Ich war sicher, dass es keine Chance gab, ihn auf der Straße zu stoppen. Ich versuchte, wie schnell in den Körnern zu gehen. Ich meine, er hätte natürlich zick-zack fahren können. Klar ist er ein bisschen rüber gefahren, wir haben uns berührt. Aber bei 2.60 ein bisschen berühren ist ja nicht so schlimm, oder? Ich war schneller in den Körnern, er war schneller in den Straßen. Und am Ende gewinnt er sehr wenig. Im Großen und Ganzen eine tolle Zeit. Ich möchte sie nicht missen. Tekst1